Hallo und ein herzliches Willkommen zurück meine lieben Freunde bei einer weiteren Folge der Last of Us Remastered. Wir sind hier auf dem Weg zum Krankenhaus und sind jeden Mengen Klicker hier entkommen und der letzte Part einfach anschauen ging voll ab und ich mich gar nicht wissen wenn ich jetzt hier runter springen was passiert ich denke mal nichts Gutes aber eigentlich kommt hier nicht durch aber es ging derbst ab kann ich nur sagen und ja oh Gott dann gehen wir mal runter okay ist ruhig das ist schon mal gut ruhig ist immer gut aber dass hier keiner kommt einmal rüberspringen kommst du rüber wer weiß ob sie uns hier nicht kriegen pass auf hier was erscheint tief zu sein ja und du kannst nicht schwimmen was denn du bringst mir schwimmen bei geil na klar doch ich komme da nicht dran na super und du alles unter Wasser erst mal gucken hä jo war wieder klar was gibt's hier schönes da ist nix Algen und auftauchen ich bin jetzt drüben okay ich komme schon kratzer hat sich aber was angehört das hier noch mehr leute sind da ist sie leider ich bring dir die leiter prinzessin und man hört die klicke immer noch wo sind schon der neue so dann komm hoch auf geht's und dann kann sie wieder nicht schwimmen einfach am rand bleiben und da drüben ist ein weg da muss ich sicher hin ein comic boah jetzt habe ich gerade gedacht erschreckt mich nicht ins wasser ist gar nicht tief kann ich da runter ja ich kann sogar hier unter wasser gucken hier gibt's nix doch was da und was nee das hat nur so ausgesehen okay das heißt hier geht's weiter okay 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 das heißt nix gutes da hocken klicker und klicker ein klicker haha den habe ich gesehen den habe ich direkt in handy verpasst so du musst jetzt hier durch los geht's hätte ich das gemacht dann hätte der klicker angegriffen der war mies der war auf jeden fall mies da muss wieder so eine werkbank der war echt gemein aber wahrscheinlich kommt noch mehr ich denke nicht dass das alle waren dafür ist es hier viel zu ruhig sei mal ruhig ein bogen kriege ich wieder yeah ein bogen ein pfeil okay was gibt's denn hier noch für schöne sachen so kann ich auch was basteln kling auf jeden fall brauchen wir wieder ich könnte noch molly nein warte doch mal schnecke gibt's denn noch ding aufmachen nein wollt schon weiter jetzt gucken wir noch was verbessern können ja und nicht vier punkte aber zielgeschwindigkeit bogen hat bis jetzt uns ziemlich aus der patsche geholfen sie hätten gesagt her bogen verbessern sieht gut aus da ist ein weg kopf runter ah wieder special gang wuh hier haben sich auch welche eingeschlossen was aussieht aber haben es nicht wirklich überlebt ganz viele pfeile yeah muni pfeile 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 molotov auf jeden fall besser kann ich nicht machen okay dann halt nicht muni ist voll muni ist voll ja muni habe ich diesmal noch nicht so viel benutzt oh und die pillen das hätte ich ja beinahe übersehen aber da ich wieder 50 punkte gefunden habe mach mal kurz noch dann an die arbeit was verbessern bogen reichweite auf jeden fall und schrotflinte könnte ich mal machen streuung nein nachlade tempo ja die brauche ich auf jeden fall gut pillen hammer 30 fertigungsteil nein das spare ich heißt das hier geht es weiter ach du bist schon weiter gelaufen ok rüber sieh mal da ist es oh ja das krankenhaus ich habe es gesehen und wir müssen dich wieder hier hey fische du wartest hier ich gehe nirgendwo hin du kannst auch nicht schwimmen nein kann ich nicht was ist unten sicher sicher wieder irgendwas ja natürlich ein weg ein weg der kein leichter wird da ist nix ich muss andere richtung ey der ist wirklich sportlich er muss schneller schwimmen oder stirbt ja ok er braucht luft er braucht luft luft boah das war aber jetzt knapp und wo bin ich kann ich hier hoch cool da kann ich hier hoch kann ich hier hoch cool da kann ich hier hoch ich muss sogar nein da unten ist ne Tür ist da unten was anscheinend ist da unten noch vielleicht was oder auch nicht einfach nur Sackgasse oh man ich kann ja wieder hoch hoch wir müssen den weg finden sie rüber zu kriegen und wir müssen immer durch die schmalsten gänge hier laufen ok ok was passiert passiert hier was witz gar nicht wissen ah ne palette ansonsten ist hier oben nix dann los palette uuuu plätsch und ich kann hier runterspringen und auf die palette nein ich bin da komm her truff wie immer wir sind fast da ok ich bin da gut du bist drauf ich hab dich kann dir auch runter gehen so du musst jetzt hier hoch hoch mit dir wuuu wuuu und wie komm ich jetzt da rüber äh fräulein ach da hinten ist der Leiter hui na das hab ich nicht gesehen Leiter runter komm vorsicht geht nicht oder doch geht dann ach du scheiße verdammt der Leiter ist hin ich hab die Leiter in der Hand muss ich sie platzieren ich überlege mir was so weit weg verdammt und nur kann ich die mitnehmen und darüber mitnehmen kann ich nicht platzieren kann ich nicht platzieren hm nur das ist natürlich jetzt die Frage ist hier unten noch was was ich eventuell übersehen hab na mit der Palette das kann natürlich sein die Leiter auf die Palette was ich eigentlich nicht glaub aber es könnte klappen und dann die Leiter rüber auf hm ich denk zu viel nach die Leiter ist einfach hin geht das? geht sogar oder? nein die liegt da nicht auf die Palette ne? ok das geht natürlich nicht hm hm wo komme ich denn noch hin? ich komme auf jeden Fall da hoch ist da oben vielleicht noch was aber vor allem wenn ich hier hoch kann mit der Leiter ist da oben vielleicht noch irgendwas anderes oder was ok dann ist klar Leiter hoch da muss man jetzt voll überlegen so einfach ist es doch nicht Leiter da runter und dann darüber ah tricky tricky trick runter zack 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 Leiter nehmen das ist natürlich krass ok gut oder? ist doch geil hab ich gut gemacht ich muss zwar ein bisschen überlegen aber es hat geklappt so da ist das Krankenhaus oh ne ach du scheiße hier ist ein reißender Fluss irgendwas passiert jetzt boah wenn er schon abrutscht heißt das nichts Gutes ja ok na komm spring und du fängst mich auch? ich fang dich siehst du nicht mal wir sollten uns beeilen wir sollten uns beeilen weil das hält wahrscheinlich nicht mehr lang bestimmt passiert wieder was dass ich wieder alleine bin war so klar oh 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 nein nein komm hoch verdammt verdammt nein ich muss mich vor boah 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 verdammt scheiße nein nein was muss ich machen? hilf mir! komm 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 auf 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 mach jetzt auf geh auf Bus Tür Aua scheiße Lass mich durch Auaah kacke Lass mich durch Oh nein Ellie nein nein wir waren so nah dran nein komm 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 durch Lass mich durch ich fuck meine Luft gerade so noch ti du wirst du du ich du das wirst du ich du 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 das hast du hoch. Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch. Komm schon. Okay. Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen... Sie wussten nicht, wer du bist. Und Hallie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Ich tue ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern uns. Dann gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Such jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, rät ihr diesen Scheiß nur weiter ein? Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joe. Steh auf. Ich sagte, steh auf. Na dann. Los. Was soll der Scheiß? Geh weiter. Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben. Den Gang runter. Rache ist Blutwurst. Ja. Und da sind wir bei den Fireflies, die sie operieren wollen. Und dann wird sie wahrscheinlich sterben. Das wollen wir natürlich verhindern. Und das aber im nächsten Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und seid im nächsten Part wieder dabei, wenn es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020